Und hier hören Sie jetzt Michael Große über Oskar Lafontaine, der wird nämlich heute 80. Ein begnadeter Redner ist er, einer, der sein Publikum von den Stühlen reißen kann. Belehren kann er sein, manchmal auch eine Spur arrogant. Und wenn es Streit gibt, dann ist Oskar Lafontaine in seinem Element. Nun seien Sie mal ruhig, Herr Gerd, ich habe das Wort, Herr Gerd, mit 6% darf man nicht jede Sendung okkupieren, nun seien Sie mal ruhig. Nur eines kann man Lafontaine gewiss nicht nachsagen, dass es ihm an Selbstbewusstsein mangelt, was ihm auch der politische Gegner attestiert. Kennen Sie den Unterschied zwischen Oskar Lafontaine und Gott? Gott weiß, dass er nicht Oskar Lafontaine ist. Geboren und aufgewachsen ist Lafontaine in einem katholisch geprägten Elternhaus im Saarland. Eine Karriere auf der Überholspur. Mit 32 Jahren ist der SPD-Politiker Oberbürgermeister von Saarbrücken, mit 41 Ministerpräsident. Die Presse taufte ihn den Napoleon von der Saar. Dann der 25. April 1990. Es war 20.45 Uhr, als helle Aufschreie durch die Stadthalle Köln-Mülheim gelten. Oskar Lafontaine sank in einer Blutlache auf der Bühne zusammen. Eine Frau, schätzungsweise Ende 40, war gerade ruhig auf die Bühne gegangen. Dann hatte sie aus einem Blumenstrauß ein langes Messer gezückt und es Lafontaine in den Hals gestoßen. Natürlich war das Attentat ein Schlüsselerlebnis meines Lebens. Zum ersten Mal war ich damit konfrontiert, dass das eben endlich ist. Noch im selben Jahr tritt er, immer noch geschwächt bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl, als Kanzlerkandidat der SPD gegen Helmut Kohl an. Während Kohl den Ostdeutschen blühende Landschaften verspricht, nennt Lafontaine die Dinge beim Namen. Es wird auf lange Zeit unumgänglich sein, dass Härten entstehen, soziale Härten entstehen. Sie werden auf einiges verzichten müssen. Lafontaine verliert krachend gegen Kohl. 1995 das Comeback. Mit einer mitreißenden Parteitagsrede entthront er geradezu im Handstreich den blassen SPD-Vorsitzenden Rudolf Scharping. Es wurden abgegeben auf Oskar Lafontaine 321 Stimmen. Und aus Rudolf Scharping 190 Stimmen. Im Wahlkampf 1998 überlässt Lafontaine Gerhard Schröder den Vortritt als Kanzlerkandidat. Nach dem Sieg von Rot-Grün wird er Schröders Finanzminister. Doch zwei Alphatiere, das kann nicht gut gehen. Nach nur fünf Monaten kommt es zum Bruch. Der Grund meines Rücktritts ist das schlechte Mannschaftsspiel, das wir in den letzten Monaten geboten haben. Oskar Lafontaine, der einstige Hoffnungsträger der Sozialdemokraten und lange Zeit der politische Lieblingsenkel von Willy Brandt, tritt aus der Partei aus. In Westdeutschland gründet er die WASG, die schließlich mit der PDS zur Linkspartei verschmilzt. Er wird deren Fraktionschef und Parteivorsitzender und vergisst dabei nie, eines zu betonen. Das Herz wird noch nicht an der Börse gehandelt, aber es hat einen Standort. Es schlägt links. Bei den Linken lernt Lafontaine seine spätere vierte Ehefrau Sarah Wagenknecht kennen. Für die einen sind sie das politische Traumpaar, für die anderen das Duo Infernale. Na klar, natürlich endet auch die Berliner Zeit im Krach. Lafontaine zieht sich zurück in die alte Heimat. Zehn Jahre lang ist er Oppositionsführer im saarländischen Landtag. 2022 gibt er sein Parteibuch zurück. Heute wird Oskar Lafontaine eine der schillerndsten Figuren der deutschen Politik 80.